Wir sind jetzt gleich wieder in Unterlist. Leider. Vielleicht können wir das ja auch mal wieder machen. Dennis ist auch sehr traurig, dass er sich von uns trennen muss. Hey, Billy! Guck mal, ganz frische Spuren im Schnee. Krass. Ja, es hat leider geschneit. Schlimm so was, wären wir mal in Hamburg geblieben. Das ist wunderschön. Schneeweichler. Das ist wunderscheiße. Das ist richtig toller Schnee. Es knarcht. Das erinnert mich an Skifahren. Ich hasse Schnee. Und Dennis liebt Schnee. Du hast Hamburg, du hast Schnee. Alles, was ich liebe. Ich habe nicht gesagt, dass ich Hamburg hasse. Da gehe ich jetzt hier rum. Ja, ja. Wir holen den UEFA Cup und wir werden Deutscher Meister. Also wir gehen dann jetzt mal hier weg. Gucken mal, wo wir landen werden. Und da flitzen ein paar Leute. Das ist ja der Hammer. Und ich stürze mich jetzt vor dem Zug von Paddington ziehe ich mit in den Tod. Was? Du stürzt dich für uns nicht so rum. Wieso denn nicht? Ja, warum? Ja, warum? Ich bin doch nur einer von drei Engeln für Dennis. Aber einer von allen guten Engeln sind drei und nicht zwei. Ach so. Da fährt er. Der Zug. Tschüss, Zug. Und jetzt gehen wir da die Treppe gleich runter. Die Tiefe der Nacht. Oh, Stau. Und wir haben schon wieder über sechs Minuten gefilmt. Und dann sind wir noch ein paar Fotos gemacht. Und es ist arschkalt. Wie, ist dir schon ein Fazit eingefallen? Ne. Da kommt mein Papa. Fürchte ich. Fürchte ich? Das ist auch mein Papa. Ne, dann. Gib es mir bitte. Ich schweiß. Sarah kämpft um ihr Geld. Ich dachte, ich wunderte, wenn sie nach vorne drauf kommen würde. Ich weiß. Ich glaub, wir müssen jetzt erstmal das Auto auffräumen. Aber mein Vater flüchtet schon vor uns. Und siehe da, wir haben nur drei Plätze frei. Den lassen wir hier.